Herzlich Willkommen zur Einführung zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Viel muss ich zu diesem Spiel nicht sagen, da sich jeder denken kann, was wir in diesem Let's Play machen. Es ist natürlich der Abenteuer-Modus. Das Spiel hat ja auch keinen anderen. Das heißt, das komplette Paket durchspielen, bis wir den letzten Bossgegner besiegt haben. Aber es gibt noch eine kleine Ergänzung. Wir werden auch alle 5 Bonus-Episoden dahinter spielen. Das wäre dann auch der glorreiche Abschluss dieses Let's Plays. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Vergnügen bei meinem siebten Projekt. Bis dann!